Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach, das Automobil. Zum Prolog. Liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen kurzen Vorträgen die goldene Seite der deutschen Medaille zeigen und pflegen, weil sie heute wenig bekannt ist. Bis 1914 waren wir weltweit bekannt und bewundert als das Volk der Dichter und Denker. Begabte und fleißige Männer und Frauen unseres Volkes haben viel zum Weltkulturerbe beigetragen und uns allen geholfen. Ich habe einige vorbildhafte Persönlichkeiten herausgegriffen aus den Naturwissenschaften und der Technik in alphabetischer Reihenfolge. Ihre Biografie, Ihre Arbeit und die Folgen daraus werden kurz skizziert. Ich möchte auch Wissen über Naturwissenschaften und Technik ein wenig näher bringen. Dr. Hans-Jürgen Alexi Hier ist das Inhaltsverzeichnis als Übersicht zur Dokumentation und zum Nachlesen. Ich habe 63 Personen ausgewählt und alphabetisch geordnet von Albertus Magnus bis Konrad Zuse. Ich wünsche Freude an den Bildern und nützliche Information aus den Texten. Gottlieb Daimler und das Automobil Zunächst zur Biografie Gottlieb Wilhelm Daimler, eigentlich Däumler, wurde am 17. März 1834 in Schorndorf bei Stuttgart geboren und starb am 6. März 1900 in Cannstatt. Das ist heute ein Stadtteil von Stuttgart. Er war ein findiger Ingenieur, Konstrukteur und Industrieller. Er entwickelte in vielen Jahren zusammen mit Wilhelm Maybach, siehe dort, den ersten schnell laufenden Benzinmotor und darauf aufbauend mehrere erste mobile Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Er war der zweite Sohn des Bäckermeisters, Johann Friedrich Daimler und seiner Ehefrau Wilhelmine eine geborene Fensterer. Nach der Realschule schloss eine Lehre als Büchsenmacher 1852 ab und studierte danach Maschinenbau in Stuttgart. Nach mehreren Auslandsstudienaufenthalten trat er 1862 als Konstrukteur in die Metallwarenfabrik Straub in Geislingen ein. Das ist heute die Württembergische Metallwarenfabrik, die bekannte WMF. Bereits 1865 wurde er Leiter der Maschinenfabrik Reutlingen, die zur Bruderhausdiakonie gehörte. 1869 wurde er Vorstand der Karlsruher Maschinenbaufabrik und 1872 bei Nikolaus Otto, siehe dort, Werkstättenleiter der Gasmotorenfabrik Deutz. 1867 heiratete er die Apothekerstochter Emma Kurz, mit der er fünf Kinder hatte. Daimler, Maibach und Otto entwickelten 1872 einen Viertaktmotor zur Serienreife, der 1875 ein US-Patent erhielt. 1882 verließ Daimler die Firma Gasmotorenfabrik Deutz im Streit mit Otto und gründete in Cannstatt eine eigene Versuchswerkstatt. August Maibach kam mit und blieb sein Angestellter. Im vorigen Bild ist die Werkstatt in Cannstatt von außen dargestellt. Hier ist das Innere dieser Werkstatt museal aufbereitet und rekonstruiert zu sehen, aus der so viele Ideen von Daimler und Maibach kamen. 1883 entwickelten die beiden einen verbesserten, leichten und schnell laufenden Einzylinder-Viertaktmotor mit einem PS-Leistung. Dieser wurde anders als die bisher großen stationären Gasmotoren, die mit einem brennbaren Gasgemisch betrieben wurden. Dieser Motor wurde mit Benzin betrieben, welches in einem Tank mitgeführt wurde. Wegen seiner äußeren Ähnlichkeit wurde dieser Motor Standuhrmotor genannt und erhielt 1885 sein Patent. Er konnte somit das Herzstück vieler mobiler Geräte werden. Für kreative Köpfe war es dann nicht schwer, diesen zuverlässigen Motor in viele Gerätschaften einzubauen und diese mobil werden zu lassen. So präsentierten 1885 Daimler und Maibach mit ihrem Reitwagen das erste Motorrad der Welt mit 0,5 PS Leistung. Hier im Bild ist ein verbessertes Nachfolgemodell, 1888 zu sehen, im Stil des 19. Jahrhunderts und gehörte einem gewissen Otto von Bismarck. 1886 erfolgte der Einbau des Standuhrmotors in eine vierrädrige Kutsche, eben ohne Pferde, als erster Motorwagen. Erstansprüche anderer Ingenieure scheinen widerlegt zu sein. 1887 fuhr die erste motorisierte Straßenbahn auf schmaler Spur und eigentlich nur zu Demonstrationszwecken in Stuttgart. Dort war sie aber beliebt und erfolgreich. Später setzte sich für Stadtbahnen der elektrische Antrieb durch. 1888 fuhr der erste Wagen, der Lastentransportierte, also der erste LKW, jetzt bereits mit einem Zweizylindermotor. 1889 zeigten Daimler und Maybach mit dem Stahlradwagen, das Gestänge war von NSU gebaut, einen motorisierten, vierrädrigen Wagen mit 1,5 PS Leistung und 18 Stundenkilometer Geschwindigkeit auf der Pariser Weltausstellung. 1887 wurde die Gondel eines Gasballons mit einem Motor ausgestattet und das erste Luftschiff erprobt. Dabei kam es allerdings in Deutschland und in Frankreich auch zu wiederholten Unfällen durch die heißen Motorabgase. 1888 wurde auf dem Feuerwehrtag in Hannover die erste Motorfeuerspritze mit 4 PS gezeigt. 1890 geriet das Unternehmen in Absatzschwierigkeiten. Zur Unterstützung gründete Daimler die Daimler Motorengesellschaft mit zwei Industriellen. Nach einem Streit trat er aus, kam jedoch 1895 als Vorsitzender des Aufsichtsrates wieder zurück. 1893 entwickelte Daimler zusammen mit Maybach den ersten Zwei-Zylinder-Reihenmotor. 1898 entwickelten beide den Phönix-Motor. Das war der erste Vierzylinder-Motor mit 2,1 Litern Hubraum, 8 PS Leistung sowie 24 Stundenkilometer Geschwindigkeit. Der Phönix-Motor war das Herz der folgenden Modelle Mercedes 35 und dann des Rennwagens Mercedes Simplex. Das Prachtstück ist hier im Bild zu sehen. Der Name Mercedes kommt nach der Tochter des österreichischen Konsuls und rennsportbegeisterten Autohändlers Emil Jelinek mit europaweiten Verbindungen zur Oberschicht. 1883 war Gottliebdei Daimlers erste Frau verstorben. 1893 heiratete er die Witwe Lina Hartmann, mit der er noch zwei Kinder hatte. Am 6. März 1900 starb Gottliebdei Daimler mit 66 Jahren und wurde in Cannstatt bestattet. Seine Familie wurde in der Folge nach Auseinandersetzungen und Aktienerhöhungen zu Kleinaktionären herabgestuft. 1926 wurde die Daimler Motorengesellschaft mit der Benz & Company zur Daimler-Benz AG verschmolzen. Zum Werk von Gottlieb Daimler und seiner Wirkung. Gottlieb Daimler war mit seinem klugen Kopf zur rechten Zeit am rechten Ort. Er war ein genialer Tüftler und Ingenieur und fand in Nikolaus Otto und Wilhelm Maybach sowie in Konkurrenz zu Karl Benz im kreativen Schwabenland im 19. Jahrhundert kongeniale Partner. Aus dieser süddeutschen Innovationsküche kam insbesondere ein kleiner, schnell laufender Motor hervor, die Standuhr, der die voluminösen, stationären Gasmotoren ersetzen konnte durch Verbrennung von flüssigem Benzin, das in einem Tank mitgeführt wurde. Begleitende und notwendige Erfindungen waren dann der Vergaser für das zu verdichtende Luft-Benzin-Gemisch, eine geeignete Zündung, siehe bei Robert Bosch, sowie die Ventile, die Nockenwelle und die Kraftübertragung. Weiteres zum Werk und zur Wirkung von Gottlieb Daimler. So konnte der zuverlässige Motor in viele automobile, selbstbewegte Geräte eingebaut werden. Wie beschrieben 1885 mit dem Reitwagen, das erste Motorrad, 1886 nach dem Einbau in eine Kutsche, der erste vierrädrige Motorwagen, im gleichen Jahr auch als Antrieb für ein Motorboot. 1887 lief versuchsweise die erste motorisierte Straßenbahn, 1888 fuhr der erste LKW mit einem Zweizylindermotor, 1888 die erste Feuerwehr, Motorspritze und 1887 wurde sogar die Gondel eines Gasballons mit einem Motor bestückt. In der Folge wurde der Einzylindermotor im Block zum Zweizylindermotor verschweißt und kurz darauf zum Vierzylindermotor hier im Bild erweitert. Die Verdichtung, die Umdrehungszahl, die Leistung und die Reichweite der Fahrzeuge wurden von Ingenieuren in der ganzen Welt rasch verbessert. Daimlers bester Mitarbeiter und lebenslanger kongenialer Partner war Wilhelm Maybach. Wilhelm Maybach wurde am 9. Februar 1846 in Heilbronn geboren und starb am 29. Dezember 1929 in Cannstatt bei Stuttgart mit 83 Jahren. Er war ein genialer Konstrukteur von Motoren und schuf zusammen mit Gottlieb Daimler zum Beispiel den ersten Stelle auf einem Benzinmotor der Welt die Standuhr, die eine neue Welt der Beweglichkeit eröffnete. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Dieses bunte Kaleidoskop an Ingenieurwissen und Naturwissenschaften soll unseren Horizont erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die sich genial, tüftlerisch und wagemutig gezeigt haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi hin Alexi Herr Hans-Jürgen Alexi